1, 2, 1, 2, 1 Wir sind jetzt da am schönen Brandenberg und haben schon etliche Höhenmeter geschafft. Man sieht schon ganz gut ins Tal runter. Wir haben auch fast kein Gepäck dabei. Also, ein kleiner Leiterwagen, ein kleiner Rucksack, ein kleiner Rucksack. Der Leiterwagen, das ist ein ganz neues Baujahr. Den haben wir gestern aus dem Efeu rausgefischt. Das ist, glaube ich, schon seit 30 Jahren nicht mehr hergenommen worden, wenn überhaupt. Gut. Und wir sehen jetzt da genau geradeaus durch den Wald durch unser Ziel. Also rechts Lechner Köpfel, links hoch Salwand und ziemlich vom Gipfel vom Lechner Köpfel, von dem Rechten geht es links rüber. Da bauen wir jetzt dann zwei Highlines auf. Eine 90er und eine 140er ungefähr. Wie lang genau müssen wir da noch auslesen. Auslesen 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018